Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Befüterliche Hilfe. Die bekommt ihr automatisch, also sie ploppt auf mit Page 8.1.5. Entweder wenn ihr euch einloggt irgendwo in Sandalar oder Cultivas oder sobald ihr Boralus erreicht, das weiß ich noch nicht sicher. Sollte es bei euch nicht aufploppen, dann schaut ihm Abenteuerführer nach und klickt euch da mal durch, eventuell findet ihr sie da. Wenn sie aufploppt, dann ist sie auch automatisch angenommen und man muss nun nach Nazmir reisen und sich dort mit Magnitreffen. Lange Rede, kurzer Sinn und Nazmir. Da bin ich auch schon und ich lauf gleich mal los. Sollte nicht allzu lange dauern. Sollte euch dieses Video helfen und würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und oder meinen Kanal abonniert. Hier müsst ihr aufpassen, da ist irgendein PvP-Mop dabei. Hier wies er, dass dieser nicht addet. Der läuft da um einander. Einfach ein bisschen ausweichern und hier steht auch schon Magni. Quest ist abzugeben bei Magni Bronzebart in Nazmir. An dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao.